so wir müssen in die stadt nach aurora ok dann lass uns hier springe ich aber nicht runter wo ist denn der hier ist eine heli soll ich mal fliegen könnt euch auch mal ausruhen ein bisschen muni einsammeln hier eine neue knarre gekriegt ich fliege überdacht noch mal mit fliegen schiff nach oben ist ja gehen ab nach unten sind wir auch mal raketen ab wie oft wird die noch sagen eine provinz entdeckt parlament dokument die story schon cool doch nicht schlecht gemacht alles her kann ich auch ein looping machen nein sie können gar nichts machen wir müssen mal gucken wie wir da überhaupt jetzt hinkommen Von dem Heli. Er ist im Zentrum von Region Liberty. Städte-Kampf. Wo soll ich landen? Ja. Macht mir was. Ja, auf dem Dach. Was für ein Dach? Der ist so schräg alles. Wo soll ich denn da landen? Auf meiner Mitte für mich. Hast du schon mal gesehen, dass hier unten drunter alles voll Gegner ist? Kann ich hier auf dem Rasen landen? Versuch mal. Können wir von oben schön snipern. Dann lande unterhalb, dass wir von oben bessere Möglichkeiten haben zu snipen. Das könnte ja klappen, ne? Nur wir kommen nicht mehr hier runter. Doch, wir haben einen Fallschirm. Wir haben noch einen Heli. Ach ja. Stimmt jetzt auch wieder echt doof. Wahrscheinlich bin ich davon ausgegangen, dass du Heli jetzt crascht oder so. Ähm, ein bisschen weiter nach. Danke. Oh nein! Nein! Ja dann rein da! Das war eines der schlechtesten Ideen. Scheiße! So viel zum Thema. Wir haben einen Heli. Ja, wir hatten einen Heli. Da müssen wir Fallschirm nehmen. Oh scheiße. Wenn der so schnell aufgeht. Lass uns mal ein Drönchen fliegen lassen. Oh ja. Das hört sich jetzt an, als wenn sie das sagen. Lass uns mal ein Pupsi machen. Nein, auch. Da unten ist auch ein Heli. Ich glaube, die haben alle ihre eigenen Helis hier, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß nicht. Alter, wie viele Fragezeichen hier sind, ne? Ach so, sie sind schon da hinten, okay. Das ist unfassbar. Aber die Gegner sind alle ziemlich weit weg. Die sind eigentlich überhaupt nicht da. Ich hab hier irgend so ein blinkendes Ding hier mal bei meiner Karte. Was ist das? Ist das eine Radarüberwachung oder so? Radar? Heißt das nicht Radarüberwachung? Ich sag auch mal was. Ja. Das heißt doch Radarüberwachung, ne? Radar, ja. Und nicht Radar. Das ist doch Ruhrpott, Radar. Jo. Ja, genau. Du mal die Oma winken. Tantal. Und was gibt's heute bei euch? Leckeres zu essen. Der Grill. Weißfüße. Der Grill. Der Grill. Ich werd doch jetzt nicht hier den Leuten auf die Nase bin, weil ich esse. So Weißwurst. Ja genau. Nur Pille. Wie heißt das andere da war? Lebercase. Das ist lecker. Das ist lecker. Boah, hast du hier Fragezeichen ohne Ende? Ich bin hier nur am Fragezeichen machen, ey. Was schlimm ist, ich mach mir grad, unser Heli ist aber gut gelandet, muss ich sagen. Das ist schon mal gut, dass er keine Aufsinnung hat. Boah, da unten ist auch ein Drinchen. Ah, wir könnten aber von Etage zu Etage springen. Echt? Das geht sonst. Das würde gehen. Ich bin hier noch immer am Fragezeichen wegmachen, das ist unfassbar. Da hab ich schon mal ein Gegner. Hab noch Geduld. Schwergewichte. Hab noch Geduld. Leute, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da stehen Autos, warum auch immer. Und ich so einen Drohnen. Kommandant, ich hab hier einen Kommandanten. Gefangenenlager ist doch einer. Wir machen keine Gefangenen. Alter, wo stecken? Wo sind wir da wieder reingeraten? Ja. Da ist noch eine Skellkiste. Das ist nur für die Paula. Ja. Also für die Paula. Ja. Also eigentlich könnten wir hier runterspringen. Moment, ich bin noch hier. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Bin ich hier durch den Wald hier renne? Hier mal gucken, ob ich hier. Oh nein, Herr Finch. Fuck, ey. Hast du runtergefallen? Jo. Bleiben sie da liegen. Aber dann bleibt mir nicht übrig. Wie komm ich zu holen? Wie komm ich zu holen? Haben sie ihre Drohne noch nicht ausgerüstet? Für Überheilung? Miri? Guck mal hier. Wir können hier runter springen, oder? Ja, Moment, ich bin noch am Fragezeichen. Ja, dann mach den. Ich springe schon mal runter. So. Vielleicht nicht der nächste da unten. Ich hab meine Drohne nämlich auch noch nicht auf Verheilung gestellt. So. So, wo wollen sie hier? Ich fang schon mal an zu snipern hier so ein bisschen. Ah! Ah! Fuck! 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 Ich bin ein Fallschiff! Oah! Ich lieg hier. Sie lieg genau bei mir. Scheiße! Ja, Herr Hoxsen. Ähm. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber ihr seid schon ein bisschen doof, ne? Ich bin da versehentlich runtergeführt. Darf ich das mal so versehentlich auch mal erklären, dass sie vielleicht ein bisschen doof sind? Ja, aber nur heute. Wie soll ich denn da hinkommen? Das müsst ihr mir mal erklären. So, jetzt bin ich am Boden. Wie soll ich da hinkommen? Ja, ich werde ja gleich wieder gespawnt. Jetzt bin ich am Boden hier. Scheiße. Ja. Super. Ich glaub noch nicht mal, dass ich hier ein Fallschirm habe. Äh. Kann ich hier irgendwo runter? Wir können von Dingens zu Dingens springen. Ja, geil. So, versuch mal zu ihnen zu kommen. Äh. Äh. Wie sind sie denn? Ach, da hinten sind sie. Oh, da sind zwei. Einen könnte ich wegmachen. Er hat eine Info. Das ist kein Gegner. Ich bin auch bei Ihnen. Haben Sie die Kiste jetzt schon genommen, Herr Finch? Welche Kiste? Nein. Lassen Sie uns erstmal hier, äh, kommen Sie mal zu mir am besten. Ich hab mal die Drohne kaputt gemacht, die da gewesen ist, ne? Guck mal. Sollen wir hier in der Linksinsatz Gebäude mal reingehen? Ja, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Oh, ich bin tot. Oh. Oh. Auch runtergefallen, Herr. Ja, ich bin runtergesprungen, weil ich wollte ja zu euch. Ja, wir ist ja gleich hier gespawnt. Hm. Da soll ich jetzt 50 Sekunden warten, oder was? Ja, geht ja nicht anders. Was wollen Sie denn machen? Du kannst mich doch holen? Ha. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, du bist doch unten. Am Arsch. Ja, ich hab hier Gegner. Ich hab hier Gegner, wenn die alarmiert sind. Boah, dann tut mir leid, dass du Gegner hast. Dann wollt die nicht. Drei Stück, drei Stück. Ja, ich komm gleich zu euch. Oh, der Heli ist doch mal gut gelandet. Der zittert so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall ist er auf dem Kufen gelandet. Ja. Das soll mal nachmachen. 252 Meter, das sind hier Zivilisten. Die haben ein I, da können wir Informationen kriegen. Wie viele Sekunden hast du noch? Äh, 10. Hm, ich hab ihn nicht. Irgendwie taucht hier ein I bei uns auf. Vorsicht, hier ist ein Gegner, Mike. Mhm. Soll ich den wegmachen? Ne, da kommt noch einer hinter, ne? Oder? Ich bin bei euch. Oh, wer sieht mich denn da? Boah! Ah, das wird auch hässlich. Dankeschön. Geiße. Ich war das. Kannst du den da vielleicht wegnehmen? Der lebt aber noch. Ja, sie drückt mal her. Aua! Alter. Scheiße. Was soll das? Boah, da ist ein Donut. Sag ich, ich versuche sie von der Straße zu holen. Der Sniper ist weg. Ich glaube, der ist jetzt so, ne? Hinter mir ist einer. Oh, da kommt ein Dicker. Da. Ja, die machen wir jetzt alle mal weg. Mal eben schnell. Einer ist im Haus. Wo ist denn der Dickie? Ja, der Dickie habe die gerade weggemacht, die. Ah! Guten Tag. Du kommst hier hingelaufen? Ja, der ist aber kein Gegner. Da ist einer, oder doch ist der Gegner. Da schießt einer auf mich. Könnte man mir mal vielleicht helfen? Alter, der steht vor mir, ey. Mann, ja, ich habe ihn plattgemacht. Was heißt? Vinci? Was heißt? Jo? Wo bist du? Hier. Wo hier? Hier hinter dir. Ah, tschuld. Da ist aber noch einer, der gefällt mir aber auch nicht so richtig. Die sind hinter dem Gebäude, sind die? Ah, ich habe hier noch einen. Scheiße! Die sind alle, die haben alle da und überhaupt. Hast du noch was zu sagen? Ich schwöre es, mehr weiß ich nicht. Äh... Da, über uns. Warum ist es ein Scharfschütze? Ich habe die Drohne weggemacht. Sauber. Ich nervt jetzt schon. Fertigkeiten von Kohl. Ich habe die Sniper oben auf dem Dach weggemacht. Sehr schön. Ist leider im Moment ein bisschen chaotisch hier. Absolut. Ich muss einmal nachgucken. Ach, du. Ich habe den verhört. Leute, mach mal die Karte auf. Sehen Sie sich die Aufklärungsdaten der Paula Madeira Seite an. Eieieiei. Guckt euch das mal an, Leute. Alter Schwede. Da müssen wir überall hin. Kannst du mit der Maus erstmal alles... Ja, habe ich gemacht. Leute, ey. Ist ja. Ist ja, ist ja, ey. Joa, ist heftig. Äh, wie gehen wir denn jetzt? Wie machen wir denn jetzt? Rechts, links? Dahinten wird mir noch ein Gegner angezeigt. Ehrlich? Warum das? Soll man nicht erstmal alles sauber machen hier? Ja sicher. Ich wollte ja nur wissen, in welche Richtung wir gehen. Hier runter. Okay. Noch der alten Dame hinterher. Da ist auch noch ein Dicker. Ja. Ja. Soll ich nicht mal das Scharfschützengewehrchen. Der Dicke möchte ihn am liebsten zuerst weg haben. Dann müssen wir den jetzt hin. Ach, genau dein Zentrum, ne? Hallöchen, was ist denn mit Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Die können auch gehen, wenn sie möchten. Die müssen nicht hier bleiben. Ich habe den Dicken mal markiert. Ja, den sehe ich auch. Den Dicken. Danke. Ich muss eben kurz meine Waffe wechseln. Meine Waffel. Last a moment please. Hier ist ein I drin. In den Containern. Ich bin ein I. Ich bin ein I kaufen. Ich bin ein I kaufen. Ja. Da ist eine Drohne. Da macht doch wirklich Scheiße. Ich kann nicht. Ich bin gar nicht mehr Mühe. Das ist keine Drohne. Das ist so ein Wandel. Das ist Samson Ding. Samson Ding? Und dann? Ich weiß nicht. Schalldämpfer drauf und fertig. Dann geht's ab. Was stöhnt die denn so? Hast du mit der irgendwas gemacht, Miri? Die stöhnt so komisch. Warum soll ich was mit der machen? Ja, weil die so komisch stöhnt. Oh. 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 Was sagt die immer? Warum tut die das? Was hat das zu bedeuten? Ach, er ist da im Gebäude, der Dicke. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir von Gebäude zu Gebäude. Dann nutzt es ja nichts. Sie müssen aber ja, ne? Bereit, Finji? Jawohl. Dann go. Wir laufen jetzt direkt auf die Zoo, machen die da weg und dann ist gut. Ich sehe nochmal zwei. Mhm. Aber wir laufen, wir machen das erst den Dicken weg. Weil der bettelt da drum. Sammeln? Kannst du euch ein Sammeln? Ich bin im Gebäude. Ich nicht. Oh, äh, das ist nicht gut. Guten Tag. Niemand überlebt uns. Und, wie sieht es aus? Oh, da steht einer. Gucken sie doch mal da oben. Boing. Oh, ich werd gesehen. Von wem? Mhm. Was soll los? Alter. Glaube, da muss ich mal vorgehen hier. Wo seid ihr? Bei dem Dicken. Okay. Ich. Ich. Oh, 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 oh. Ähm. Da hat auch noch irgendeiner ein Dröhnchen oder sowas. Kann das sein? Wer ist tot, hörst du? Werden da gerade irgendwie angegriffen? Auf, 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 an, rechts. Oh, was ist das denn? Was talking to me? Was hast du denn schon wieder gemacht? Die Säune? die macht was sie will ja doch jetzt ja so der dicke ist da und der andere ist auch da und alles da einsatz ausgeführt das ist schön da freue ich mich aber warum kann ich hier die sind noch kiste nicht ändern ja die kisten machen wir gleich ich kann nicht zielen das kotzt mich gerade an kann ich richtig zielen sammeln hören sie mir nicht zu wie er gerade hört die weit macht das ganz alleine hier ich über mich ein bisschen um warum kann ich mit dem scheiß ding nicht zielen weiß ich nicht haben das nie gelernt nein pass auf normalerweise wenn du mit der knarre zielt wenn ich die rechte maustaste gedrückt hältst ja kannst du normalerweise dann hast du entweder den rotpunkt oder was anderes dann kannst du es mit b umschalten a und b aber ich kann beides nicht sehen egal wie das hier weitergeht leute moment 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 sicher kann ich das so wie es weitergeht das kann ich jetzt bin ich im menü genau wie es weiter geht heute sehen wir beim nächsten mal macht's gut bis dann tschüss 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 tschüss